wir sind zurück oder auch nicht der martin ist wieder bei mir und wir treten jetzt mal ein paar titans kräftig in den arsch oder mini hallo und herzlich willkommen auch von mir ich bin die anfangsphase wieso ist da nur einer bei mir mit im lift jolo jolo jump ist das ach so wir sind so weit hinten ich bin links lang ich laufe gerade direkt durch die mitte ich versuche jetzt mal links zu flankieren der wollte mich kicken und der paar von hinten zwei die spielen zusammen na gut das müssen wir auch machen so du bist wo hat man in einem haus da dann dann bin ich bei dir auch rein so wurde da war irgendwo ein bösewicht das war ein pilot ja und wieder einer mit der shotgun ach gott ich sehe gerade keine gegner nur unsere blöden bots ich komme gerade vor wie im battlefield laufen ich muss ewig laufen auch ein pilot kill jawohl ich hätte auch aufnehmen sollen oh jetzt habe ich den bush beschossen das wäre peinlich gewesen das passiert mir voll oft in dem game wie alles so ähnlich aussieht gell ja und dann größer das passiert mir auch ich finde diese fußtritte so geil ich finde diese fußtritte so geil viel nicer als ziemlich alles andere so ist vorne jetzt gleich im titan ein titan ist gerade vor meiner nase der wäre fast auf mich drauf gehobst ich warte jetzt mal auf den titan hoppsi die wops animation for the wind geiler scheiß ich finde es immer so geil dass du so richtig fette armee dann spawnt von den minions hehehehe take it ich finde diese waffe diese explosiven sniper geschosse da eigentlich am besten beim titan diese 40 millimeter kann ja das ist halt so langsam was heißt langsam du musst halt wissen was du tust du musst wissen was du tust was ich glaube jetzt mal über dich drüber dankeschön wir haben keine chance die gegner oh crap zwei titan sind nicht so optimal du hast keine chance nutze sie das ist so ein blöder titan auf mir also ein blöder mensch meine ich habe mich schon gewundert das ist natürlich ein titan auf dir sitzen würde machen kleine titan babies oder was wie das ausschaut ist dann wahrscheinlich so wie ich bin ich robert sein kleiner echt jetzt schießen wir mal das dings ab mit der rakete achten das sind so viele minions pilot assist da ist ein pilot da ist ein pilot da ist ein pilot aber ich finde die animationen so geil dass ich muss ganz ehrlich sagen sie haben sich echt viel mühe gegeben das muss man wirklich sagen ja spring damit in den graben dann ist es wirklich ein titan voll warum ich das gerade überlebt habe weiß ich auch nicht neun zu eins ich bin ein beast ein t-beast titan voll boom 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 take this bitch was habe ich eigentlich gerade ich habe schon 33 minions gekillt was kämpft gegen zwei titans scheiße weg weg wo denn boah keine chance gehabt ich habe gerade einen titan gekillt sehr schön nein nein bin auf wo aber da ist er Hey Eject, eject, ich finde die Animation einfach so nicey, scheiße Nicht, dass er auf mich draufsteigt, der Typ Pass auf, wir müssen das Ding jetzt in die Luft jagen, möglichst alle killen, die da rein wollen Und pass auf, der Nachteil ist, du kannst sie nicht wirklich killen, wenn die da oben sind, die haben so ein extra Schutzschild drinnen Und weg ist er Und damit war es das auch schon wieder Ja, das kann man auf jeden Fall lassen, 9 zu 1 und 35 Minions gekillt Ich habe abgekackt, scheiße Was ist denn eigentlich dein Lieblings-Titan? Der erste, der zweite von den Spor Zur Zeit ist es noch der erste, ja Ich finde die 44mm Kanone einfach die geilste Ich würde mal sagen, das machen wir gleich zur Videofrage Schreibt es mal in die Kommentare, welche Waffe, bzw. welche Art von Waffe ist eure bevorzugte Beta-Titanfall-Waffe In dem Sinn Ja, bis zum nächsten Mal See you ladies and gentlemen Bye bye Mal Bye bye Musik Mal Bye 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 Vielen Dank.